Ich bin Lara, ich lerne Carrosserie-Lackiererin bei der E-Mail Freize in St. Gallen. Ich komme die Autos vom Spengler grob vorbereitet über, dann mache ich den Feinschliff und am Schluss wird es lackiert. Für mich ist das schönste, wenn ich am Abend sehe, den Unterschied vom Auto, wenn es hier kommt mit dem Schaden und am Abend, wenn es perfekt lackiert dasteht. Das Wichtigste in diesem Lehrberuf ist, dass man auf Mikrometer genau arbeiten muss. Wir haben einen extremen Zusammenhalt bei uns im Team. Du kannst mit jedem Problem, das du hast, auch zu jedem, die Problemlösungen suchen. Wir haben es wirklich lustig den ganzen Tag. Ich gehe mega gerne in die Schule. Wir haben ein super Klima in der Klasse. Der Lehrer ist mega gut, wir lernen extrem viel. Und die E-Mail Freize machen mega Spass. Also praktisch lernst du auch mega viel in deinen E-Mail Freize. E-Mail Freize ist die Champions League für den Arbeitgeber. Für die Wiedersehen.